Veranstaltungstipps, Wetter und Freibäder, die wichtigsten Nachrichten rund ums Pfingstwochenende hört ihr im Audiosnack. Das Pfingstfest gilt als Geburtsstunde der Kirche. Regelmäßig zeigen Umfragen, dass immer weniger Bundesbürger diese Hintergründe kennen. Hättet ihr gewusst, was gefeiert wird? Testet euer Wissen in einem Quiz auf noz.de. Was steht am Pfingstwochenende an? Die Wettervorhersage für Freitag und Samstag ist sommerlich. Im Laufe des Wochenendes kann es dann zu Regen und Gewittern kommen. Zumindest aber zum Start des Wochenendes wird es den ein oder anderen ins Freibad locken. Aufgepasst, nicht alle Freibäder haben bereits geöffnet. So trifft es unter anderem die Meller Freibäder. Aufgrund von Personalmangel muss die Saisoneröffnung verschoben werden. Züge, Oldtimer, Raritäten. Am Sonntag bieten die Vereine und Institutionen am Piesberg bei Osnabrück ihren Besuchern zwischen 10 und 18 Uhr wieder ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm. So lädt das Museum Industriekultur nicht nur in die Dauerausstellung Mensch, Natur, Wirtschaft und die Sonderausstellung Future Food, Essen für die Welt von morgen ein. Zwischen 10 Uhr und 13 Uhr können vor allem kleine Gäste den im ehemaligen Pferdestall untergebrachten historischen Tante-Emma-Laden-Tackenberg erkunden. Parallel findet auf dem Magazingelände am Süberweg das Old-Youngtimer-Treffen der Oldtimer-IG Osnabrück statt. Am Zechenbahnhof bieten die Osnabrücker Dampflauffreunde ebenfalls Führungen durch die historische Fahrzeugsammlung an. Zwischen 11 und 17 Uhr verkehrt in der Nähe des Stellwerks die im Frühjahr eingeweihte Piesberger Kleinbahn. Auch oberhalb des Fürstenauerweges sind Züge unterwegs. Zwischen 10 und 18 Uhr pendelt die Feldbahn zwischen den Bahnhöfen Südsteg, Haseschacht und Stüfeschacht. Beim Deutschen Mühlentag ist auch Ewerdingsmühle im Badberger Ortsteil Großmimmelage wieder mit von der Partie. Besucher sind sowohl am Pfingstsonntag und Pfingstmontag jeweils von 10 bis 18 Uhr willkommen. Wie man richtig Unkraut zupft, das zeigt Klaus Kruse, Ausbilder beim Berufsbildungswerk des Christophorus-Werkeslingen, in unserer Videoserie mit dem Spaten in den Garten auf noz.de. Dort findet ihr außerdem eine Liste, wo ihr am Wochenende in der Region feiern gehen könnt. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus eurer Region, Stand Freitag, 15 Uhr. Weitere Nachrichten und Hintergründe findet ihr auf noz.de slash audiosnack. Die nächste Folge hört ihr am Dienstag. Bis dahin, ein schönes, langes Pfingstwochenende.